So, hallo und willkommen zum fünften Anleitungsvideo in der Reihe Datenbanken. Hier einmal kurz ein paar grundsätzliche Begriffe zum Thema Tabelle. Wir speichern unsere Informationen in Tabellen oder Relationen, weil hier Objekte in Relation zu ihren Eigenschaften stehen. Spricht man auch von Relation oder relationale Datenbanken. Die Tabelle enthält also in den Zeilen entsprechende Objekte. Jedes Objekt wird also durch einen Datensatz repräsentiert, durch die Summe aller Eigenschaften. Jede Spalte enthält eine bestimmte Eigenschaft für alle Objekte. Wir sprechen dann von einem Datenfeld. Und in unserer Tabelle gibt es natürlich die unterstrichenen Primärschlüssel. Und wichtig noch für Beziehungsdarstellung zu anderen Objekttypen sind die Fremdschlüssel. Gut, damit hätten wir also ganz grundlegende Begriffe geklärt. Der einzelne Eintrag hier ist ein singuläres, ein einzelnes Datum. Plural Daten. Gut, hier haben wir unser ERM und wir wollen es jetzt umwandeln in ein Modell, mit dem wir dann also unsere Datenbank füttern können. Und das geht dann also hier los. Wir nehmen unsere erste Entität, Zimmer. Da kommt die Tabelle, also den Namen Zimmer und die beiden Attribute Zimmer, Nummer und Art. Weiter geht's mit dem nächsten Entity, mit Klasse. Auch hier einfach der Name für die Tabelle und die Felder, die wir in dieser Tabelle anlegen. Dann kommen wir zu den Schülern. Auch hier selbe Vorgehensweise und zu guter Letzt natürlich zu den Lehrern. Gut, so, dann hätten wir also jetzt erst einmal aus unserem Entity-Relationship-Modell hier vier Tabellen zu erzeugen in unserem Datenbank-Management-System mit den entsprechenden Spaltennamen, Spaltenbezeichnungen. Was jetzt noch nicht hinterhalten ist hier, das sind die Beziehungen zwischen den Tabellen und wie man die jetzt hier einfügt, will ich noch zeigen. Wenn ich also hier diese 1 zu 1 Beziehung darstellen möchte, habe ich natürlich die Wahl. Entweder ich hänge an die Zimmertabelle, die Klassenbezeichnung ran, zu der das Zimmer gehört, oder ich hänge an die Klassentabelle eine Zimmernummer ran, im Sinne von Klassenzimmer. Müsste natürlich hier, das ist ein Fehler, Zimmernummer stehen. Das ist falsch, nicht die Klassennummer. Gut, werde ich noch ändern. Im nächsten Schritt, da wir ein Entweder-Oder haben, entscheiden wir uns für eins von beiden. Also ich würde jetzt einfach an das Zimmer die Klassenbezeichnung anhängen, fertig. Weiter geht's. Diese zu 1 Beziehung hier können wir in unserer Tabelle festhalten, indem wir an die Schülertabelle einfach ein Feld Klasse anhängen. Und so wird jedem Schüler genau die Klasse zugeordnet in einem Feld, zu der er gehört. Würden wir umgekehrt vorgehen, würden wir bei der Klasse die Schüler anhängen, und dann müssten wir hier N-Felder für N-Schüler anhängen, wobei wir jetzt nicht wissen, wie viele Schüler hat die Klasse, und das würde also nur unnötigen Aufwand verursachen. Eine N-zu-1-Beziehung oder 1-zu-N-Beziehung lässt sich am besten in dieser Form in unserem Tabellenmodell, in unserem relationalen Datenmodell dann festhalten. So, und da sind wir natürlich schon soweit durch, aber ein Problem haben wir hier, das ist unsere M-zu-N-Beziehung. Wie machen wir das? Hängen wir jetzt bei der Klasse N-Felder für die Lehrer an oder beim Lehrer N-Felder für die Klasse? Keiner weiß das so richtig. Deswegen müssen wir hier unsere Substitution, die wir vorhin kennengelernt haben, einsetzen, unsere Ersetzung. Wir ersetzen praktisch die Beziehung, die M-zu-N-Beziehung durch zwei N-zu-1-Beziehungen, erstellen hier einen neuen Objekt üb, den nennen wir Unterricht. Ich habe hier noch ein paar Eigenschaften dazu gemogelt, und dann können wir jetzt hier einfach sagen, wir machen also eine weitere Tabelle für unsere Unterrichtsbeziehung zwischen Klasse und Lehrer. Und wie müssen wir das jetzt hier zuordnen? Das wissen wir also schon. Eine Zueins-Beziehung heißt also, ich muss die Lehrernummer an die Unterrichtstabelle heranhängen oder in die Unterrichtstabelle einfügen. Und hier diese Zueins-Beziehung heißt, ich brauche also auch die Klassenbeziehung. Und so ergibt sich also dann, dass hier sowohl der Klassenbezug als auch der Lehrerbezug in dieser Tabelle für jede Zeile steht. Das heißt also, eine Zeile, ein Datensatz dieser Tabelle beinhaltet immer genau die Informationen zu einer Beziehung von Lehrer zu Klasse. Und wenn wir die weiteren Eigenschaften sehen, dann sehen wir hier genau das, steht auch in unserem Stundenplan. Also an welchem Tag, in welcher Stunde hat welche Klasse, in welchem Raum, welches Fach bei welchem Lehrer. Also hier würde sich zum Beispiel sehr schön der Stundenplan daraus ableiten lassen. Gut, somit hätten wir also jetzt hier die Vorgabe für die Tabellen und könnten jetzt diese Tabellen praktisch realisieren. Das heißt, wir starten dann unser Datenbank- Management-System, unser Programm, um die Tabellen auch real zu erzeugen. Das heißt, das ist ein ganzes Abtäusch, das ist ein ganzes Abtäusch, das ist ein ganzes Abtäusch. Untertitelung des ZDF, 2020